Jetzt machen wir noch mal ein schönes Video von einer Taxifahrt in der Zäuberer Kao. Überall Geschäfte. Überall kann man essen, trinken, shoppen. Das ist das Lustige hier. Daher gibt es alles. Wenn ihr den Laden zu macht, drängt danach und macht schon wieder ein neuer Laden auf. Da sitzen die ganzen Engländer. Die haben natürlich nichts Besseres zu tun, als nur zu saufen. Hier sitzen die Ladies. Da haben wir alte Ladies. Auch alte Ladies. Und die Buchtchen, die haben nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag nur Bier zu trinken. Anstatt da Geld für Bier auszugeben, sollen die mal in die Apotheke gehen, sollen sie sich mal Jagers kaufen. Jagers kaufen und dann eine Frau suchen. Da haben die mehr von, als wenn die den ganzen Tag immer noch Bier trinken. Dann nur kann, da gibt es auch schon seit Ewigkeit. Hier sitzen auch immer viele Leute. Hier kann man gut sitzen und den Verkehr beobachten. Da auf der anderen Seite genauso. Hier gibt es immer was zu sehen. Schon alleine hier zu sitzen, macht schon Spaß. Hier kann man immer schön die Leute beobachten. Das Schöne daran ist, hier kommen die Leute aus allen händleren Ländern, kommen die hier vorbei. Hier laufen Gestalten rum. Macht Spaß. So, und jetzt haben wir zur Zeit einen Stau in der Säuburgau. Jetzt geht es wieder langsam voran. Oh, ein Blumengeschäft. Oh, zwei neue Gäste. Kommt rein. Wollt auch mitfahren. Hier ist auch ein kleiner Markt. Hier kann man auch immer ziemlich billig Klamotten kaufen und hier kann man auch gut essen. Hier bezahlt man auch für so einen Teller Reis mit Hähnchen und Ei 1,50 Euro. Auch ein hübsches Ding. Hübsches Ding. Ich verstecke mein Ehering. Darf meine Frau natürlich jetzt wieder nicht hören und ich sehe. Oh, viele Mandarinen. Diese Mandarinen schmecken ganz anders über uns. Schönes neues Lokal. Schöne Rollerfahrerin. Schöne Rollerfahrerin. Hier kann man heute Abend essen. Hier kann man heute Abend essen. Ja. Ja. Da ist die Soy Honey. Soy Honey ist aber nichts mit No Money. No Money, No Honey. Hier ist Soy Lenky. Hier reiht sich natürlich immer wieder eine Bahn nach der anderen. Hier ist immer mal los. Das macht dir Spaß. Oh, da wird jetzt schon bald wieder passieren. Oh, ey, muss aufpassen. Oh, du musst auch mal rufen. Das ist ja lebensgefährlich hier. Oh, das macht nicht so viel Palabra hier. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, ob Second Hand auch noch im Taxi sitzt. Oh, da sitzt sie ja. Wink mal oder hoch mal. Die Klingel bedeutet, dass ein Taxi anhalten muss. So, jetzt sind wir wieder in unserem Hotel. Endlich angekommen. Bis zum nächsten Mal. reg çocuk-1. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. stereotypnineteen